servus liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film im heutigen video geht es um we summon the darkness oder wie spricht man das genau aus we summon we summon moment mal so herzlichen dank an dieser stelle und worum geht es eigentlich in dem film sommer 1988 im amerikanischen hinterland haben vermeintliche satanisten bereits 18 unschuldige menschen umgebracht für die besorgten sittenwächter ist ganz klar dass nur heavy metal schuld an allem sein kann das hält drei freundinnen alexis weil und beverly nicht davon ab einen roadtrip zu einem heavy metal festival zu unternehmen dort angekommen lernen sie mark kovac und iwan kennen und beschließen nach dem konzert in alexis abgelegenen landhaus weiter zu feiern was eine nacht voller spaß und ausschweifungen werden sollte nimmt allerdings eine mörderische wendung und nicht alle werden diese unheilvolle party überleben bevor wir zur eigentlichen filmkritik kommen möchte ich euch noch zeigen hier auf dem cover haben wir ganz groß das fsk 18 logo drauf damals wurde ja das fsk 18 siegel beantragt aber der film kam ungeschnitten durch die prüfung freigegeben ab 16 jahren kann man nachlesen auf schnittberichte.com und auch auf der fsk seite selber also hier mal wieder so eine kleine mogelpackung denn das suggeriert dem käufer einen deutlich härteren film als hier letztendlich rausgekommen ist ihr könnt mir gerne in die kommentare schreiben ob ihr euch davon beeinflussen lasst oder nicht das machen ja filmen ganz gerne mal wenn der film freigegeben ist ab 16 jahren dass sie dann irgendwelche trailer drauf klatschen die freigegeben sind ab 18 jahren damit das rote siegel hier drauf prangt wie hier zu sehen und dann jeder denkt warum freigegeben ab 18 jahren da muss es ja abgehen und ja mogelpackung oder nicht schreibt es mir mal unten in die kommentare rein ansonsten was noch zu sagen ist ist dass die disk echt verschärft geil aussieht also das mal richtig geil steht hier kopfüber und dann kommen wir mal zum film selber wir haben hier alexandra daddario mal wieder maddie hessen und johnny knoxville in einer nebenrolle den sehen wir hier oben am messer ganz kurz eingeblendet und wenn wir uns hier die rückseite anschauen dann sehen wir ihn hier nochmal er spielt komischerweise einen priester und der hier immer heavy metal und so die schuld gibt in seinen reden und so weiter und so fort und ja ziemlich witzig und selbst ironisch das ganze kommen wir zu den schauspielern selber außer ihnen alexandra daddario hat mir in dem film leider gar nicht gut gefallen also sie spielt die rolle ein bisschen zu sehr over acted vor allem zum schluss hin kauft man ihr das ganze nicht ab ansonsten die nebenrollen die jungs und die anderen mädels spielen solide da sticht keiner groß hervor der film selber ist allerdings teilweise sowas von dämlich da schreit man fast echt vor dummheit es gibt zum beispiel so eine szene da fahren die mädels mit dem auto die straße entlang und dann fahren die jungs vorbei und werfen ihnen was rüber das ganze ist braun und sieht echt aus wie scheiße und dann halten die aber an und die eine geht hin langt mit dem finger rein und sagen schokomilch schick was wäre es wenn es denn wirklich scheiße gewesen wäre also da langt man sich schon ein bisschen an den kopf außerdem ultra nervig wenn die mädels alle wieder durcheinander quatschen also diese hühnerhaufen hier das nervt nach einer zeit lang echt schlimm wir haben eine fsk 18 auf dem siegel drauf aber freigegeben ist der film ab 16 jahren mehr würde ich den auch nicht geben also für eine fsk 18 müsste er deutlich härter sein dafür haben wir aber ein paar effekte und wunden die sehen dann schon recht ansprechend aus heavy metal ist mal wieder schuld an so war es in den 80er jahren von setting her und sag mal von den kostümen und den haarschnitten und wie sich die leute geben und reden passt das alles zu den 80er jahren auch der soundtrack ist eigentlich ganz gut geworden aber wie gesagt es ist teilweise sowas von dämlich auch die dialoge und dann auch ein paar wendungen und auch die hintergrund story mit diesen ganzen christlichen und satanismus und was weiß ich nicht alles also das wird schon echt übelst konstruiert und kauft man den film einfach nicht ab okay letzten endes muss man sagen was erwartet man wenn man sich so einen film kauft mit so einem cover drauf alexandra daddario haben wir drauf was erwartet man hier von nach klar große titten pralle ärsche in engen jeans dazu noch ein bisschen blut das bekommt man mehr aber auch nicht reicht das für einen guten film selbstverständlich nicht und so kommt unter den strich leider nur ein film raus der absolutes mittelmaß ist und deswegen bekommt auch we summon the darkness hier von mir nur eine fünf von zehn punkte bewertung schade da wäre definitiv mehr drin gewesen vor allem weil es hier heißt eine abgefahrene mischung aus green room funny games und scream funny games kenne ich nicht aber green room und der ist abnormal geil und scream sowieso also da kommt er im leben nicht dran trotz den tippen von alexandra daddario also in diesem sinne hoffe ich euch hat die review gefallen wenn ja bitte einen daumen nach oben kanal abonnieren glocke aktivieren ihr wisst bescheid dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder danke fürs zugucken bis dahin und servus